Hallo, hier ist wieder eure Gartenfee Maja. Ich war gestern campen. Ich weiß nicht, ob man im Hintergrund dieses Geräusche hört, das sind die Katzen mit so einem Spielzeug. Ich war gestern campen mit jemandem. So gefühlt das erste Mal, so richtig in meinem Leben. Wir sind da so, das war auf so einer Insel, das war echt cool. Wir sind da mit unseren Booten so hingepaddelt. Ich mit meinem XXL-Rucksack und meinen Sachen und so. Dann habe ich da übernachtet und im Zelt. Deswegen sehe ich glaube ich auch so aus, wie ich aussehe. Manche würden sagen gesunde Röte. Ich würde sagen... Ich weiß nicht, was... Ich würde sagen Sonnenbrand, aber naja. Jedenfalls, wir sind heute zurückgekommen und so. Und... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe da so Lagerfeuer gemacht und bin dann da so rumgelaufen im Dunkeln. Dann habe ich da so trockenes Holz gesucht für mein Lagerfeuer. Und ich war vollumfänglich damit beschäftigt, so dieses Feuer halt immer weiter mit Holz zu füttern. Und dann, als ich gedacht habe, okay, das reicht erst mal so, bis ich eingeschlafen bin, habe ich mich dann so in mein Zelt gelegt. Gut, die Luftbeitratze hat mit der Zeit immer mehr Luft verloren, aber ich habe mich so in mein Zelt gelegt. Und diesem Feuer so zugehört und zugeschaut und so, wie es so gebrutzelt hat. Und diese ganze Erfahrung, ich war den ganzen Tag auch... Saß ich eigentlich im Wasser irgendwie. Habe den Enten und so zugeguckt und habe Schwäne beobachtet und Fische kamen zu mir. Und da so in dem Wasser zu sitzen und so und dieses Campingzeug und so hat was in meinem Kopf gemacht und etwas in mir ausgelöst. Also vieles, vieles hat es in mir ausgelöst. Aber eine Sache, die es ausgelöst hat, ist, dass ich mich endlich von meinen Sachen trenne. Also auf jeden Fall, was ich mache oder gemacht habe. Also, ich habe hier einen Sack mit allen Nagellacken, die sich in meiner Existenz befinden. Und Nagellackentferner und Deo, das ich nicht mehr benutze. Und dieser Sack, Nagellack und Nagellackentferner und Deo, Sprühdeo, kommt im September, wenn es wieder soweit ist, zur Schadstoff-Sammlung. Denn man darf Nagellack und so nicht in den Restmüll schmeißen, einfach so. Und ich bin zu dieser Erkenntnis gekommen, weil ich... Früher war ich richtig besessen auf Nagellack und habe mir ständig die Nägel lackiert und auch die Fußnägel und so. Aber irgendwie fühlt sich das inzwischen immer fremder an, weil das ist ein komisches Gefühl auf den Fingern. Das riecht ziemlich extrem und das blättert ja irgendwie so auch ab. Und ja, keine Ahnung. Ich habe mir halt auch Gedanken darüber gemacht, so... Zum Beispiel habe ich jemanden so gefragt, warum kann ich eigentlich nicht... Also, ich schwimme so im See und bin dann durstig, aber ich darf dann kein Seewasser trinken, sondern so Flaschenwasser oder so. Und dann habe ich halt so gefragt, so, ey, warum kann ich eigentlich das Seewasser nicht trinken? Und dann hieß es halt auch so, ja, ne, wegen hier Ablagerung und so. Und irgendwie, als ich dann so im Wasser saß mit den Fischen und den Enten und so, habe ich gedacht, ich tue mir und der Umwelt, also auch mir in dem Sinne, ziemlich viel, also ich richte ziemlich großen Schaden an, wenn ich mir die Fingernägel lackiere und dann zum Beispiel mir die Hände wasche oder in so einem See sitze oder so, weil dann blättern so Partikel ab und letztendlich irgendwie, auf irgendeine Art und Weise nehme ich das dann ja wieder auf. Und deswegen habe ich jetzt für mich beschlossen, auch wenn dieser eventuelle Fall eintreten könnte, so wie es in meinem Kopf immer so ist, ja, eventuell, ne, so, lackiere ich mir irgendwann nochmal die Nägel, habe ich jetzt gesagt, nee, dieser, das ist es mir nicht wert. Ich gebe jetzt meinen ganzen Nagellack her und ich verschenke den nicht, sondern ich gebe den zur Schadstoff-Sammlung. Mir ist bewusst geworden, prinzipiell kann man sich mal die Liste angucken, der Sachen, die man nicht in den Müll schmeißen darf, sondern die so zur Schadstoff-Sammlung gegeben werden muss. Und dann kann man bei dieser Liste alles, was man so zu sich nimmt oder was man für sich benutzt, eigentlich schon wegstreichen als, das benutze ich nicht mehr, weil ich denke, das sagt schon ziemlich viel aus über das Produkt, wenn du es nicht in den Mülleimer schmeißen darfst, sondern zum Schadstoffhof, weißt du, geben musst irgendwie. Und in meinem Kopf habe ich auch immer so gedacht, wenn ich mal schwanger bin oder so, will ich mir nicht die Fingernägel lackieren. Und ich denke, das sagt ja auch ziemlich viel schon so in einem selbst. Versteht man, was ich meine so? Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, Nagellack, so gern ich mir früher auch die Nägel lackiert habe und so, wird alles jetzt entsorgt, kommt zum Schadstoff-Dings und ich kaufe mir keinen Nagellack mehr. Das mache ich nicht mehr. Und dann ist es jetzt endlich soweit. Ich verschenke, und ich habe auch schon jemanden gefunden, der das nimmt, und ich verschenke hier meinen Eimer Magic Sand mit Spielform. Ich verschenke meine Nagelsticker. Die finde ich irgendwie, die fand ich zu schön so, weißt du, die sind... Sowas habe ich auch echt gerne benutzt, aber die verschenke ich. Also die kommen nicht zum Schadstoff irgendwie was. Dann verschenke ich jetzt endlich dieses Süßigkeiten-Ding, das ich eh nicht benutzt habe. Ich glaube, ich habe es jetzt mal sauber gemacht und gelernt, da waren ja noch so alte Jellybeans drin. Dann verschenke ich, bevor es noch mehr vertrocknet und so, mein Knete-Set mit 20 Kneten. So. Die ich halt nie benutzt habe. Dazu verschenke ich die Box mit Knete-Sachen, so Formen und so. Und ich verschenke meine Kugel-Rennbahn. So. Das verschenke ich jetzt alles und das nehme ich später auch mit. Und dadurch habe ich schon einfach in meinem Regal leergeräumt. Und diese eine Schublade. Letztendlich, warum mache ich das jetzt? Weil Leute haben ja auch gefragt, ja, warum... Moment. Kann man das liegen lassen? Ja, bestimmt. Leute haben mich auch gefragt, ja, Maia, warum ziehst du dann überhaupt um oder so? Wenn mir das alles so schwerfällt. Einfach aus dem Grund. Es ist nicht so, als wäre ich jetzt so unglaublich glücklich hier. Also nicht, dass ich jetzt unglücklich wäre hier. Aber als ich dann so im Wasser saß und so... Ich habe dann angefangen, mit dem Sand zu spielen. Und dann habe ich mir gedacht, Junge, es gibt Sand in verschiedenen Farben und so. Keine Ahnung, ich hatte voll viel Spaß. Da ist mir so bewusst geworden, Sachen wie meine Kugelrennbahn oder die Knete oder dieser Magic Sand oder so. Das sind, im Prinzip sind das nur Kompensationen für das, was aber im Menschen liegt. Der Mensch will Sachen anfassen und Sachen erforschen und Neues entdecken und eine Aufgabe haben und so. Der Mensch will Neues bauen, Neues formen. Aber letztendlich, um mehr so zur Natur zu kommen, muss ich diese... Habe ich so für mich jetzt diese Erkenntnis getroffen? Um mehr zur Natur zu kommen, muss ich diese Ersatzprodukte abstoßen, um weniger zu besitzen, um halt mehr im Moment leben zu können. So, versteht man, was ich meine? Ich habe mehr Spaß, irgendwie, keine Ahnung, einfach mit Erde im Boden zu spielen, als mit Knete letztendlich. Weil Erde im Boden ist halt Erde. Da muss ich nicht aufpassen, dass es jetzt... Es ist dreckig oder sauber. Erde ist halt einfach Erde, so. Weißt du, ich habe... Ich hatte so ein bisschen Obst dabei, so ein paar Trauben und so. Und ich habe dann auch Johannisbeeren gegessen und dann konnte ich den Stiel einfach wegschleudern, so, auf die Erde. Weil ja letztendlich, weil der Stiel der Johannisbeeren ja wieder zurückintegriert wird in die Natur. Und das macht ja auch Spaß, so, weißt du. Du schmeißt irgendwie, keine Ahnung, du isst einen Apfel und schmeißt den Samen irgendwo hin. Und das macht Spaß. Du verursachst in dem Sinne keinen Müll, sondern du tust der Welt auch noch was Gutes. Weil das, was du genommen hast, wieder zurückintegrierst so in den Kreislauf des Lebens. Versteht man, was ich meine? Ich finde sogar, wir haben... Wir gehen... Also, wir haben mal das Thema anzusprechen. Wir Menschen gehen ja immer aufs Klo und so. Aber prinzipiell, Tiere kacken irgendwo hin, wo sie so sind. Und prinzipiell ist das eigentlich gut für die Welt. Also, so die Art und Weise, wie wir das früher gemacht haben im Mittelalter oder so, ist jetzt nicht gut. Aber letztendlich, wenn wir zum Beispiel irgendwas essen, eine Frucht oder so, und die Samen werden nicht verdaut, die werden ja deswegen nicht mit verdaut, weil daraus wieder was wachsen soll. Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwas esse mit vielen Samen und Kernen und ich grabe mir dann irgendwo ein Loch im Wald und kacke da rein und mache das wieder zu, dann tue ich der Welt was Gutes, weil meine Ausscheidungen so Dünger sind für die Samen und dann wächst da vielleicht ein Baum, weißt du? Das ist so... Da habe ich so gedacht, dieser Spruch aus Scheiße Gold machen oder so. Scheiße irgendwie oder kacke wird so Gold. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Aber der Spruch ist, wenn du ihn reduzierst auf das Ursprünglichste des Menschseins, ist dieser Spruch sehr wahr. Und ja, keine Ahnung, ich hatte so viel Spaß da so... Also ich hatte nicht unbedingt Spaß im Zelt zu schlafen mit den Stechmücken und so, aber ich hatte so viel Spaß ein Feuer zu machen und einfach so im Wasser zu sitzen und so die Tiere zu beobachten. Dann habe ich gesehen, ah ja, jetzt wird es langsam dunkel, dann gehe ich langsam mal zurück zu meinem Lager, dann machen wir mal Feuer. Das ist, glaube ich, so richtig, einfach im Rhythmus, im Zyklus der Natur leben. Und wir sind ziemlich weit davon weggekommen, respektive nicht jeder Mensch. Die Menschen, die nicht so weit davon weggekommen sind, werden dieses Video hier wahrscheinlich nie sehen. Aber ich bin auch ziemlich weit davon weggekommen. Ich habe schon festgestellt, meine Haut... Gut, ich habe irgendwie so ein bisschen Sonnenbrand, aber meine Haut ist viel besser so, weißt du? Wenn ich halt... Ich saß halt so im See, weißt du? Nicht im Chlorwasser oder so. Ich saß einfach so im See und hing da so rum und meine Haut ist voll schön jetzt irgendwie so. Und das bestätigt alles, was ich die ganze Zeit vermute. Nicht, dass unsere menschliche Welt schlecht wäre mit Desinfektion und Staubsaugen und so. Ich glaube, die Form, wie wir leben mit den Wohnungen und Häusern erfordert das irgendwie auch, dass wir Ordnung machen und sauber halten und so. Aber tief in unserem Kern, unseres Seins, ist das, glaube ich, gar nicht gut für uns. Und so, ich glaube, wir hätten alle voll die schönen Haare und so, wenn wir immer nur im See schwimmen würden, wenn wir nie uns abduschen würden mit Shampoo oder so. Wir hätten alle voll die schöne Haut, wenn wir uns nie mit Shampoo und so duschen würden und so das Ganze. Weißt du, ich habe meine Haare... Ich war vorhin noch mal kurz duschen, weil halt, ja, Feuer und so. Ich habe halt auch voll rauchig gerochen. Aber ich wollte meine Haarstruktur nicht gleich wieder so kaputt machen. Also habe ich meine Haare... Gut, ein bisschen riechst du den Rauch noch. Aber ich habe meine Haare jetzt nur mit Wasser gewaschen und ein bisschen Heilerde so halt oben drauf. Und weil ich nicht gleich wieder so das kaputt machen wollte. Weißt du, was ich mir hier aufgebaut habe, indem ich im See saß den ganzen Tag und geschwommen bin und so. Ja, keine Ahnung. Und jedenfalls ist mir das aber so bewusst geworden, dass es... Es muss sein, es muss sein, dass ich jetzt nach und nach so Sachen hergebe und vielleicht verschenke und so, die einfach nicht mehr zum Jetzt passen, so wie ich lebe. Weißt du, zu einer gewissen Zeit war das wichtig. Ich hatte mit der Kugelrennbahn auch viel Spaß. Und zu der Zeit, zu der ich gedacht habe, ich brauche jetzt eine Kugelrennbahn, war das für mein Leben in diesem Moment auch richtig und irgendwie notwendig. Aber es ist jetzt nicht mehr richtig und das ist jetzt auch nicht mehr notwendig für meine aktuelle Lebenssituation, dass ich noch die Knete habe und die Kugelrennbahn oder den Nagellack oder so. Und aber indem ich das jetzt jemand anderem gebe, ich weiß es nicht, aber ich habe Vertrauen in die Welt, dass das, was ich jetzt weitergebe, was angenommen wird von jemand anderem, für diesen Menschen in seiner Lebenssituation wiederum genau das Richtige ist. So versteht man, was ich meine? Nur weil etwas für mich nicht mehr richtig ist, heißt es nicht, dass es nicht für jemand anderen in seiner Welt jetzt das Beste sein kann, was ihm so passiert oder so. Ich weiß nämlich noch mal, mal, mal noch. Ich habe irgendwie so Küchensachen verschenkt und ich habe die sogar zu der Frau nach Hause gebracht und die hatte so ein kleines Mädchen. Und ich habe da einer von meinen, ich habe ja jetzt keine Prinzessin-Lilifil-Zeitschriften mehr, ich habe die alle hergegeben, aber ich habe eine von den Zeitschriften damals mitgenommen und so diesem kleinen Mädchen geschenkt. Und das war halt die Mutter voll gestresst und so, da war irgendwie Wasserschaden im Haus, Renovierung und so. Und ich glaube, in dem Moment, auch wenn es nur so eine winzig kleine Geste war, ich glaube, in dem Moment hat es der Mutter und dem Kind, glaube ich, schon auch irgendwie geholfen. Also jetzt nicht so langfristig oder so, aber für den kurzen Moment, glaube ich, kann das sein, glaube ich schon, dass das auch vieles ein bisschen besser gemacht hat. Dass ich dann gesagt habe, Alter, ich schenke dir eins meiner Hefte irgendwie so. Ja, und keine Ahnung, das ist wieder mal nur ein kleiner Schritt, so sind nur so drei, vier Sachen, aber es ist ein Schritt für mich in die richtige Richtung, definitiv. Und irgendwie dieses Camping und so, das war so, keine Ahnung, ich habe auch dann nur Früchte gegessen irgendwie, gut, und so eine krasse Karamellwaffel, die hat sich fast verboten, die hat fast verboten geschmeckt. Aber ich habe im Prinzip irgendwie auch nur so Früchte gegessen und so, und wenn du mal so campst und so, keine Ahnung, dich mal wieder so ein bisschen mehr mit der Natur verbindest, das hilft einem auch, den Kopf wieder so ein bisschen zu befreien. Definitiv. Und das wollte ich jetzt mal irgendwie so mitteilen. Ja. Mir ist halt auch viel anderes so bewusst geworden. Eine Sache, die mir auch so aufgefallen ist, aber die ist eigentlich fast eher was für ein anderes Video, aber mir ist ein bisschen so aufgefallen, ich glaube, Männer und Frauen wissen, schätzen selbst gar nicht so ihr Sein irgendwie. Also, ich war ja mit einem männlichen Menschen campen, und mir ist jetzt schon häufiger aufgefallen bei Männern, dass das so, dass Männer so denken, irgendwie im Sinne von so, keine Ahnung, neue Sachen erforschen, Campingbasis aufbauen, Lagerfeuer machen, so all diese Sachen. Schraubglas öffnen, das man nicht mehr aufkriegt, oder Koffer öffnen, den ich nicht aufkriege, oder so. Und so diese ganzen Sachen, dieses Erforschen und Entdecken und Lager errichten und so Revier abstecken, das sind so Sachen. Das sage ich jetzt einfach mal so, das machen Männer, das machen Frauen nicht. Also nicht, dass Frauen keine Gläser und sie öffnen würden, oder so. So meine ich das gar nicht, aber das ist so die Grundnatur des Mannes. In der Grundnatur des Mannes ist das so verankert, so dieses neue Sachen erforschen und so sich in Gefahren begeben, um was Neues zu entdecken, so Lagerfeuer errichten, was halt in der früheren Welt so das Lagerfeuer war, ist halt in der heutigen Welt was anderes so. Aber so im Grundkern des Mannes ist das alles noch so richtig verankert. Und ich finde das immer krass, also ich freue mich irgendwie auch immer so, wenn ein Mann mal sagt so, ey, ich habe hier was entdeckt, ich habe geguckt, alles sicher und so, komm doch mal mit. Und, also es klingt jetzt irgendwie auch ein bisschen falsch, aber so einem Mann, dem ich halt irgendwie vertraue oder keine Ahnung, ich freue mich schon auch, wenn irgendwie man mal halt mal eine schwere Tüte trägt und der Mann halt sagt, komm, ich nehme dir das ab oder so. Ich finde gar nicht, dass das so diesem Prinzip von Emanzipation und so und Gleichstellung, Frau und Mann irgendwie, dass das dem widerspricht, finde ich gar nicht. Ich finde das tatsächlich irgendwie so sehr schön. So, wenn, und ich glaube, dass das viele Männer auch heute irgendwie so, ich weiß nicht, wir leben halt heute auch in so einer Welt. Für mich ist das Frau sein auch immer irgendwie so Fürsorge und sich kümmern und kümmern wollen und so. Und das hast du irgendwie immer. Egal in welcher Welt du jetzt bist, so Kinder kriegen und so, das Ganze hast du, also nicht, dass dich die Frau darauf reduzieren möchte, aber so sich kümmern wollen und so und sich Sorgen machen und so, das hast du halt echt immer irgendwie irgendwo. Aber heutzutage ist so, zumindest in unserer Welt, jetzt hier so, in der ich so lebe, da ist so dieses Städte aufbauen, Gemeinschaften gründen, Revier abstecken und so, ist halt irgendwie alles so gar nicht mehr so. Ich finde, die Fähigkeiten des Mannes werden heute oder so, das Mannsein an sich, wird heute ziemlich krass auch unterdrückt irgendwie. Beim Frau sein kann man natürlich auch wieder darüber reden und darüber diskutieren, aber ich finde schon, dass das Mannsein auch in der Welt auf eine gewisse Weise ziemlich krass unterdrückt wird und sich dann halt wiederum in anderen, ich muss mal auf die Uhr gucken, und sich dann halt wiederum in anderen weniger schönen Verhaltensweisen äußert. Zum Beispiel, ich glaube, es gehört zum Sein des Mannes dazu, irgendwie auch ein bisschen anzugeben zum Beispiel so. Aber mir wäre es irgendwie lieber, der Mann würde angeben, mit seinem krassen Lagerfeuer, das er gemacht hat, als mit dem AMG-Sportwagen, den er fährt. Weißt du, das wäre besser für die Umwelt, das wäre besser für den Lautstärkepegel, draußen, so. Ich glaube nicht, weißt du, das ist das Problem, ich sehe das immer wieder so im Leben. Wir haben ziemliche Problemverschiebungen, wir bekämpfen nie die Ursache, sondern immer nur so die Symptome. Man sagt immer mehr Leute werden depressiv, aber man überlegt sich irgendwie gar nicht so genau, warum werden die Menschen depressiv, sondern man, keine Ahnung, versucht immer mehr Therapeuten zu finden und verschreibt zum Beispiel immer mehr Antidepressivum oder so. Aber das ist überhaupt nicht der Kern des Ganzen. Mich wundert es echt gar nicht, dass immer mehr Leute depressiv werden, wenn wir gar nicht mehr so unsere Natur in uns ausleben können. Viele Leute, also ich bin ja das erste Mal so richtig Boot gefahren, mit meinem Rucksack und Zelt und Campen und so. Und wenn man das noch nie gemacht hat in seinem Leben, so wie quasi ich bisher, dann woher soll man wissen, dass man sowas vermissen kann irgendwie, dass das, wenn du schon so weit weg bist von diesem Mensch als Tier irgendwie und das nie so auch als Kind oder so mal gelernt hast, dass es auch solche Welten gibt und dass man irgendwie auch campen gehen kann und so, dann merkst du vielleicht irgendwo in dir, dass du was vermisst richtig krass und dass du irgendwie unglücklich bist einfach mit deinem Leben, obwohl du Haus, Arbeit, Kinder hast und so, aber du weißt einfach nicht so richtig, was es ist. Und das ist dann diese Problemverschiebung, dass es dann so heißt, ja, ja, sie haben irgendein Problem mit ihrem Gehirn oder so, aber welcher Therapeut oder so wird doch sagen, Alter, gehen sie mal eine Woche campen, so ohne Handy und so oder einen dazu zwingen förmlich, weil dann sagt man ja so, ja, ja, ich mach das mal, aber welcher Therapeut wird denn sowas sagen, weißt du, was ich meine so. Und keine Ahnung, ich finde da, für mich, ich sehe da viel so in der Welt, dass das Mannsein unterdrückt wird und sich halt andere Wege sucht, um nach draußen zu kommen, so irgendwie und das sind dann halt aber nicht unbedingt die schönsten Wege, so, wenn man versteht, was ich meine. Und das finde ich halt schade, weil der Mann in sich sehr viel Kraft und Stärke hat und so und das ist ja auch, also ich finde das krass so und cool und ich finde das als Frau sehr beeindruckend, weil ich das so, ich mache zwar viel, so Handwerker, Maya und so und ich bin dann auch stolz auf mich, aber ich bin schon auch froh, wenn der Mann einem das dann auch mal abnimmt, so irgendwie und ich dann vielleicht eher die bin, die sagt, komm und ich koche uns jetzt danach noch was zu essen. Ich fühle mich oftmals so in so einer Doppelposition, so als müsste ich so die Männersachen machen, deswegen habe ich auch so voll den geschundenen Finger da noch, also inzwischen geht's, aber manchmal fühle ich mich so, als müsste ich so voll viele Männersachen machen und die Frauensachen und das ist dann wiederum, keine Ahnung, das entspricht gar nicht so richtig so meinem Wesen und das ist dann, da geht man dann irgendwann dran, so ein bisschen kaputt, ehrlich gesagt, aber ja, ich weiß nicht. Also das Frau sein wird schon auch definitiv unterdrückt und das Mann sein irgendwie auch, wobei im Prinzip unterdrückt man sich halt irgendwie auch fast selbst, weil mich ja keiner daran hindert zu sagen, ich benutze jetzt keinen Nagellack mehr. So, das Einzige, was mich die ganze Zeit daran gehindert hat, war mein eigener Kopf, der auch gesagt hat, naja, vielleicht finden Männer Frauen schöner, die Nagellack tragen und so, aber das ist ja alles völliger Schwachsinn, denn wenn du, also ich will ja gar keinen Mann, der das so, für den das so wichtig ist, versteht man, was ich meine und wenn ich dann aber wiederum Nagellack benutze, dann ziehe ich ja automatisch die Männer an, denen das zum Beispiel wichtig wäre, also die falschen Männer, mit denen ich gar nicht zusammen sein oder etwas zu tun haben wollen würde und so und so ergibt sich das irgendwie auch selbst. Man zwingt sich selbst in Sachen rein und gerät dadurch auf Wege oder in Situationen, auf die man gar nicht geraten wollte. Also der einzige Weg, um dazu wegzukommen, ist halt sich selbst auch von diesen inneren Zwängen und so zu lösen und deswegen schmeiße ich jetzt meinen Nagellack weg und deswegen verschenke ich diese Sachen hier. und guckt dann mal, wie ich meinen Weg weitergehen werde. Jetzt habe ich genug geredet, muss mich auch ein bisschen beeilen. Muss ich mich beeilen? Muss mich gar nicht richtig beeilen. Ganz bisschen vielleicht, minimal bisschen, aber nicht richtig. Aber das wollte ich irgendwie teilen, so mit der Welt. Gibt es sonst noch was, was ich so teilen wollte? Ich glaube, das war so ein Grundkern irgendwie. Ich finde es halt krass, wenn du alles so ablegst, so gesellschaftliche Werte, Normen, Konventionen, Regeln, Schule und so, dann reduziert sich das Menschsein prinzipiell auch nur noch auf das Simpelste. Kacken, Essen, Schlafen, Liebe und Kunst, finde ich. Kunstmusik gehört irgendwie zum Menschsein auch noch so dazu. So, der Mensch reduziert sich im Grunde so auf das, aber, und auch irgendwie auf die Kunst und die Musik so. Und, ja, als ich dann so im Wasser saß irgendwie und so ist mir auch viel bewusst geworden, so auch nochmal, was die Schule und das Schulsystem und so angeht. Ich will nicht sagen, dass die Schule mir nicht auch viel beigebracht hat, aber mir ist bewusst geworden, den Großteil meiner Existenz und meines Lebens verbringe ich damit, nicht das gelernte Wissen aus der Schulzeit anzuwenden, sondern das gelernte Wissen aus der Schulzeit wieder ablegen zu wollen. Und damit meine ich nicht unbedingt, was hast du im Biologieunterricht gelernt, was hast du im Deutsch gelernt, was hast du im Mathe gelernt. Ich versuche nicht auf Krampf dieses Wissen, wovon eh nur 5% hängengeblieben ist, wieder abzulegen. Ich versuche all die subtilen und unbewussten Vorgänge und Sachen abzulegen, die mir beigebracht worden sind. Dieses, es gibt nur ein richtig und ein falsch. Dieses, du hast hier ruhig zu sitzen und wenn du unruhig wirst, hast du das Problem. Dieses, ich bin der Lehrer, du bist der Schüler und du hast zu gehorchen gegen dieses Wettbewerbsdenken. So all das, dieses Einordnen in Klassen und wer ist besser und wer ist schlechter und so. All das, was uns so beigebracht wird über die Kindheit, auch in der Schule und so, ich verbringe den Großteil meines Lebens damit, all das wieder abzulegen. Und das ist halt echt krass, finde ich so. Wenn man sich dem mal so bewusst wird, dass die, dass du, keine Ahnung, 13 oder 10 Jahre oder so zur Schule gehst und viel mehr Zeit irgendwie oder vielleicht meinst, du schaffst es nie so und du benötigst gefühlt viel mehr Zeit, ja um all das wieder abzulegen, was du, was dir auferlegt worden ist. Und das ist schon krass. Das war für mich auch eine krasse Erkenntnis, weil das Wichtigste, das Wichtigste, das Allerwichtigste, Kacken, Essen, Schlafen, Überleben und so ist in uns drin. Es ist nur so tief begraben oft unter so viel anderem. Weißt du, ich hab mal Lagerfeuer gemacht, so ein bisschen mit meinem Papa irgendwie so und ansonsten halt so kaum und trotzdem, letzte Nacht, also ich hatte dann halt männliche Hilfe auch mit Luft und Durchzug und so, aber letzte Nacht, ich hab, weißt du, ich musste überhaupt nicht nachdenken. Ich hab so gedacht, ah ja, hier, trockenes Holz, kleinere Stöckchen, größere Stöckchen. Du musst halt, man beobachtet halt auch einfach, du beobachtest die Situation so und dann lernst du von selbst, ah ja, jetzt geht das Feuer aus, jetzt ist es stärker, jetzt brennt es schwächer und so. Man lernt so viel einfach nur durch Beobachten, durch Beobachten und gucken, was passiert und das ist so schön, weil es auch so, es ist so simpel einfach, weißt du, es ist so ultra simpel. Man denkt immer, Lernen ist anstrengend und wer will schon lernen und so, aber Lernen ist so ein essentieller Teil des Lebens und im Prinzip, wenn man es runterbricht, so simpel und kann so schön sein. Was wir daraus wieder mal gemacht haben, ist halt dramatisch. Ich weiß nicht genau, wie ich dieses Video nennen werde, aber ja, glaube ich, ich habe jetzt wirklich genug Erkenntnisse für mich gewonnen. Übrigens in der Erkenntnis, die ich für mich auch gewonnen habe, wenn die Stechmücke erst mal angefangen hat zu stechen, ist es auch egal, ob du drauf haust oder nicht, da waren so viele Stechmücken und wenn die noch nicht angefangen haben zu stechen, habe ich sie weggepustet, aber sobald sie angefangen haben, mich auszulutschen, habe ich sie tatsächlich gelassen, weil ich das Gefühl hatte, jetzt bringt es auch nichts mehr. Klar, du hast da eine Stechmücke getötet, aber die Welt der Stechmücken ist riesig. Das ist mir irgendwie bewusst geworden. Wenn die Stechmücke erst mal angefangen hat zu stechen, lass sie dich aussaugen, bis sie wieder wegfliegt. Also habe ich für mich so jetzt beschlossen, dass ich das irgendwie so mache. Keine Ahnung, ich habe irgendwie auch ein bisschen so das Gefühl, wenn ich die Stechmücke stechen lasse, bis sie fertig ist und wieder wegfliegt, habe ich danach nicht so krass schlimme Beschwerden und Ausschläge und Juckreiz und so, wie wenn ich halt sie währenddessen so auf sie draufklatsche und so, habe ich schon das Gefühl. Aber, ja, könnte man es aufs Leben übertragen, hat die Stechmücke erst mal angefangen zu stechen, lass sie stechen. Ich weiß nicht, ich gucke irgendwie nicht richtig. So, das war's. Auf Wiedersehen.